Ich glaube, ich glaube, meine Kumpels, wenn die das... Oh mein Gott, das kann's nicht sein, das kann's nicht sein... Aaaaaah! Oi, my boys, ich bin Starkey und oh mein Gott, das ist ein deutsches Video! Diesmal spiele ich etwas, was ich bisher noch nie großartig gespielt habe. Und das ist, dass ich ein Spiel auf dem Handy spiele. Also nicht am PC, sondern auf dem Handy, da habe ich gerade auch schon auf die Aufnahme gedrückt. Und dieses Spiel heißt Rider und dieses Spiel wollten einfach ein paar Kumpels von mir einfach spielen. Die haben gesagt, oh ja, das Spiel ist so cool, Turbidos, das Spiel spiele auf YouTube, spiele es. Und ich bin so, ja, okay, ich spiele es, ich downloade, ich spiele es, ja! Und jetzt spiele ich es, okay? Dieses Spiel hat ein paar Level, die zeige ich euch jetzt einfach mal hier. Da haben wir zum Beispiel einfach, da haben wir Mittel 1, da haben wir Mittel 2, da haben wir Schwer 1, da haben wir... Schwer 2 und extrem. Aber wir sind natürlich ein totaler Noob und wir machen als erstes mal hier einfach 1, okay? Also würde ich sagen, legen wir los. Oh shit, das wird interessant. Okay, los geht's. Level 1, oh shit. Das Spiel... Das Spiel hat eigentlich auch Sound und Musik, aber das habe ich extra mal für diese Aufnahme ausgemacht, weil ich meine, das brauchen wir nicht großartig und ich mache ultimative Tricks. Okay, komm schon, das ist das erste Level und ich habe schon am... Noch ein paar Metern danach schon übel verkackt. Das kann ich nicht... Oh, okay. Wow, okay. Gut, ich habe es geschafft. Gut. Noch kein Rage bisher, das kommt bestimmt noch. Das passiert auf jeden Fall noch später. Aber jetzt ist ja schon mal noch alles okidoki. Also ich habe ein paar Levels noch gesehen, wo meine Kumpels das gespielt haben, aber ich erinnere mich nicht an alles. Von daher kann es sein, dass ich... Irgendwo verkackt. Ach, komm schon. Okay, es kann sein, dass ich dann irgendwo mal wieder übel verkackt und einfach durchdrehe und mich nicht erinnere, was ich machen muss. Von daher ist es doch auch gut, weil... Komm, wenn ich mich nicht daran erinnere, ist es doch gut, dann kann ich wieder rumrätseln und nachdenken und mein Gehirn benutzen. Das, was ich habe. Haltet Gorscht. Uuuuuh. Tricks. Ich mache die lieber nicht. Nein, ich habe gerade... Ohoho. Ich habe gerade eben gesagt, ich mache sie nicht und ich mache sie trotzdem noch. Okay. Ich muss... Ne. Keine Tricks, bitte. Ich muss keine Tricks hier machen. Yeah. Yeah. Ah. Ah. Warum habe ich... Oh, ich war doch so gut und ich habe es versaut. Ich bin so ein Idiot. Komm schon. Nein. Nein. Ich möchte mein Gesicht wegreißen von meinem Kopf. Aber das geht nicht. Weil der gehört zum Kopf hin und... Ach. Okay. Äh. Nein. Wieso? W- Ähm. Okay. Was muss ich denn hier machen? Ach, scheiße. Komm schon. Ich möchte mein Gehirn nicht benutzen. Ich möchte mein Gehirn für andere Sachen benutzen. Okay. Nein. Oh. Okay. Chance darüber. Und jetzt bleib hier mal kurz... Ne. Okay. So geht es auch. Häää. Ja. Okay. Huuu. Huuu. So. Ja, das ist das erste Handyspiel, was ich spiele. Also ich meine, auf meinem Kanal meine ich nicht, dass das erste Handyspiel überhaupt ist. Also ich meine, also bitte. Also... Ich sollte mich auf das Spiel konzentrieren. Okay. Konzentrier dich auf das Spiel. Okay. Ähm. Das ist das erste Handyspiel, was ich auf meinem Kanal spiele. Ich weiß nicht, ob ich noch weitere ficken werde. Oh mein Gott. Nein, ich werde keine Spiele ficken. Ich weiß gar nicht mal, wie das überhaupt funktionieren soll. Wie fickt man Spiele? Man kann vielleicht eine Spielehütte nehmen und dann die ficken. Oder eine CD... Eine CD rumnehmen und die vielleicht zerficken. Aber na, warum? Aber warum sollen wir das machen? Weil ich meine, eine CD hat ja ein Loch. Da kann man es ja reinstecken. Aber ich meine, das Problem... Ich mache jedes Mal immer den gleichen Fehler. Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Das Problem ist... Wieso rede ich darüber? Äh, egal. Ich rede einfach darüber. Das Problem ist, wenn man eine Frau ist und eine CD ficken will, dann... Oh mein Gott. Dann kann man es sich auch reinstecken. Das sollte ich sagen. Jetzt beende ich das lieber und konzentriere mich auf das Spiel, damit ich hier rauskomme. Oh. Ich gehe hier zu schnell. Ah. Nein. Oh. Komm schon. Oh mein Gott. Dieses Spiel. Nein. Da gehe ich doch auf. Äh, wenn ihr wollt, dass ich das Spiel weiterspiele auf meinem Kanal, dann schreibt mir das einfach. Fickt mich doch in den Arsch rein. Bitte nicht. Aber ich meine, wenn ihr wollt, dass ich das Spiel weiterspiele, dann gebt mir einfach in den Kommentaren Bescheid. Äh, wenn ich mir so nachdenke, will ich es gar nicht. Aber... Nein. Oh Gott. Okay, komm schon. Also komm, das ist ein einfaches Level. Und du bist doof, Darki und Sch... Wieso? Okay, das ist Level 4, Darki. Was ist los? Wo ist dein Skin? Ich glaube, ich glaube, wenn die Kumpis, wenn die das... Oh mein Gott. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Ah. Ich glaube, das ist keine gute Idee, das Spiel weiter zu let's playen. Wenn es so war. Ah. Vagina. Wieso schreie ich Vagina? Das ist nicht gut. Nein. Nein. Oh komm schon. Okay. Wieso bist du so scheiße? Wieso kannst du dieses Ficken nicht machen? Oh mein Gott. Jetzt einfach mal ruhig. Oh mein Gott. Wenn ich meine Fresse halte, dann funktioniert es natürlich. Mann. Oh, aber das ist ein Let's Player. Sollte ich eigentlich kommentieren? Okay, nächstes Level. Was? Oh Gott, es gibt auch noch Speed-Dinger? Oh je. Hilfe, ich will nicht mehr spielen. Ah. Fuck. Also das wäre einfach nur doof. Okay. Nicht drehen. Nicht drehen. Hör auf. Es gibt eh keine Punkte. Warum soll ich das machen? Ah. 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 Oh was? Achso, ich muss unten. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Ich habe es fast hingekriegt. Ich habe es fast wieder in... Oh. Oh nein. Wieso? Jetzt mit Gefühl. Mit Gefühl. Ich sagte mit Gefühl. Oh Mann. Dann gehen wir so. Dann gehen wir hier rüber. Dann gehen wir da rüber. Und dann... Oh. Oh. Oh Gott. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Das Level ging schneller als das andere. Ich habe hier jeden Level, glaube ich, immer nur einen Stern bekommen. Das liegt einfach daran, weil ich einfach so schlecht bin. Oh. Das war gut. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier gerade mache. Ach, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Was zum... Ähm. Okay, ich bin noch am Arsch. Okay, nein, ich bin noch am Leben. Ähm. Oh, komm schon. Das ist Level 6. Das sind die einfachen Levels. Und ich bin scheiße. Aber gut, ich bin auch ein Arsch. Ich mache einfach nochmal Tricks hier. Yeah, okay. Warte mal, mach ich denn... Was ist da gerade passiert? Jetzt einfach nur darüber. Dann drehst du dich rum. Nein, wieso musst du mit deinem Hinterrad da anstupsen? Du Arschknoten. Iiiiii. Iiiiii. Okay. Bleib. Nein. Okay. Okay, mein Bildschirm schon hat sich gerade aktiviert. Das ist auch schön. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich da habe. Ich kann jetzt auch gerade nicht meinen Bildschirm schon wegkriegen, weil ich gerade mich hier konzentrieren muss auf das Spiel. Wenn ich das hier schaffe. Da drin ist das Ziel. Ja. Ja. Oh, ich dachte gerade schon die Schanz drüber. Oh mein Gott. Weil das ist auch möglich. Das ist möglich. Ich habe es gesehen. Wuhu. Okay. Und dann... Okay, komm. Es sind nur Schanzen. Es sind nur verfickte normale Schanzen. Das ist ja wohl machbar. Okay. Ui. Keine Stunts. Einfach keine Stunts. Einfach nur rüberfahren. Einfach nur... Ach. Komm. Komm. Ja. 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 Okay. Ich muss erst mal atmen. Weil meine ganze... Meine ganze Aufregung bringt mich hier gerade schon um fast. Weil ich nicht mehr... Weil ich total vergesse zu atmen. Und das ist nicht gut. Wenn ich das nicht mache, dann sterbe ich. Und das ist nicht gut. Okay. Okay. Oh, hier muss ich langsamer machen. Okay. Okay. Erst schnell, dann langsam. Merkt ihr das? Wupp. Und dann hier. Und dann hepp. Und dann hier nochmal schnell. Und dann hier langsam. Hier einfach... Moment. Einfach mal ausruhen. Und dann rüber. Und das war verdummt. Ne. Das war doch nicht dumm. Ah. Das war verdummt. Oh. Oh. Yeah. Okay. Wir haben es geschafft. Uh. Wie. Und mein Auto viel kriegt. Schön. Okay. Äh. Level 8. Okay. Schaffen wir es bis Level 10? Hallo. Äh. Ich hoffe mal. Oh. Das war knapp. Ähm. Was zum... Okay. Hier muss ich anschauen wieder langsamer machen. Okay. Wie. Einfach Stunts machen, obwohl es nichts bringt. Okay. Okay. Oh. Das war... Das war... Das war wie viel elegan... Na. Na. Ich hab's grad... Ich hab's wieder vergessen, was ich hier langsamer machen muss. Mann. Du dummes Stück Scheiße. Ich bring dich um. Okay. Stopp. Okay. Jetzt hier langsam. Langsam. La. 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 Okay. Okay. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ficken. Oh. 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 Fast einen zweiten Stern gekriegt. Fuck. Okay. Gut. Level 9. Oh. Das ist ein anderes Design diesmal. Und das Level kenn ich noch. Daran erinnere ich mich. Ein bisschen. Also ich erinnere mich halt eben, dass es über Striche sind und dann diese blöden Zahnräder. Aber... Wie genau das Level es sich abspielt, das weiß ich nicht. Und das werden wir jetzt gleich... Rausfinden. Rausfinden. Geil. Okay. Wir probieren jetzt einfach nochmal... Nein. Ich will nicht auf ein Hinterrad fahren. Das ist nicht gut. Nein. Komm schon. Ich mach das immer so gut. Und jetzt bin ich scheiße. Okay. Einfach mit Gefühl. Weil... Das war nicht genug Gefühl. Noch mehr Gefühl. Ganz viel Gefühl. Oh. Okay. Das war gar kein Gefühl. Das war einfach nur... Das einzige Gefühl was da war, war einfach nur mein Finger auf dem Bildschirm. Aber mehr war dann... Nein. Warum? Oh. Ich möchte es mit der anderen Hand machen, aber dann sehe ich mein Spiel wieder nicht. Okay. Hier. Hoch. Hoch. Lang sei. Lang... Lang... Ne. 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 Ah. Nein. Nein. Okay. Da drüben ist das Ziel. Da drüben ist das Ziel. Fahr einfach runter. Ja. Okay. Schön. Perfekt. Okay. Okay. Weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Ignorier die Diamanten für was auch immer die da sind sollen. Ich weiß es nicht. Ähm. Okay. Cool. Das war scheiße. Okay. Wir sind bei Level 10. Jetzt machen wir noch Level 10. Wir haben noch 6 Minuten. Das kann man... Wieso mache ich das schon wieder? Oh. Donkey. Du bescheuße. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Zu spät. Oh. Wow. Okay. Da muss ich... Da muss ich drauf surfen. Und das habe ich total versaut. Okay. Einfach fahren. Nein. Ah. Oh. Ha. Skill. Skill. Okay. Okay. Daran erinnere ich mich auch noch. Dass diese Plattform immer kleiner war. Oh. Yes. Habe ich... Oh. Um 2 Minuten. Eigentlich 3 Minuten wenn man nachdenkt. Oh nein. Okay. Wir haben 10 Level... Ah. Wir haben 10 Level geschafft. Das heißt wir haben wenigstens etwas geschafft. Jetzt sind wir bei Level 11. Und jetzt sind wir durch mit den einfachen Level. Weil das Design sich geändert hat. Ich glaube ja. Ich glaube wir sind jetzt bei Mittler... Heinz. Mittler Heinz. 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 Okay. Okay. Wir versuchen es einfach nochmal. Wieso habe ich gerade eben den Himmel angeschrien wegen Heinz. Ah. Und wieso bin ich scheiße. Wieso bin ich schlecht auf einmal. Okay. Chancen. Ne. Keine Tricks machen. Bleib stehen. Dann fahr... Bäh. Ach komm schon. Du hättest dich einfach nur hochziehen müssen. Okay. Nochmal. Das war doof. Ne. Oh. What? Ach die Plattform. Okay. Cool. Physics. Cool. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht, oder? Dieses Spiel. Okay, schau es doch hoch. Und jetzt macht es... Oh, nein! Ich sollte vielleicht da stehen bleiben. Ich meine, das Problem ist auch bei diesem Spiel, man hat keine Bremse. Hätten wir eine Bremse, wäre das natürlich... Ei, 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 einverficken. Einfacher? Aber das hat man natürlich nicht, weil es soll ja ein schwieriges Spiel sein. Es soll ein Spiel sein, was dich zum Ausrasten bringt, was bei mir der Fall ist. Okay, warte mal. Ich lasse mich einfach mal zurückrollen, weil dann habe ich ein bisschen Speed. Okay, jetzt. Jetzt. Ja! Okay, das war zu früh. Das war zu früh. Das war zu früh. Okay, das probieren wir einfach nochmal. Ah, ja. Nein, Storn! Okay. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Keine Sorge. Mir geht's gut. Ja. Nein. Na. Ah! Wieso? Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel. Wieso bin ich doof? Ich hasse, ich hasse dieses Spiel. Es ist scheiße, ich will nicht mehr spielen. Du dummesau. Was kannst du eigentlich? Oh Gott. Ja, ja. Daran renne ich mich auch noch an diesen Troll. Ah! Ah! Boah! Okay, da drüben ist das Ziel. What? Okay. Okay, fahren. 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 Fuck! Fuck! Bananen! Ah! Keine Ahnung was. Nein! Wieso? Fuck! Okay. Ah! Oh! Ich hab's geschafft! Jawohl! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Das Spiel schon und dann könnt ihr das Spiel selber spielen und ein bisschen abspacken und euch selbst hassen, weil ihr einfach so schlecht seid. Und vielleicht seid ihr auch gut. Vielleicht macht ihr jedes Level First Try oder sowas. Wer weiß schon. Alles ist möglich. Everything is possible! Auf jeden Fall Leute, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich's wissen in den Kommentaren. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr es auch in den Kommentar schreiben und auch ein bisschen Feedback geben über das Video, ob es euch gefallen hat, was euch nicht so ganz gefallen hat und alles das. Also ein bisschen Kritik, ein bisschen Feedback. Und wenn ihr euch denkt, ja dieses Video, das ist eigentlich gut, das möchte ich gerne mit anderen Freunden teilen, macht es. Ihr könnt es gerne mit anderen Leuten teilen. Ich meine, ihr müsst es nicht unbedingt machen, aber ich meine, wenn ihr es, wenn ihr wollt, wenn ihr denkt, oh ja, das ist gut, dann könnt ihr es teilen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil, ich meine, das ist doch toll, weil wenn ich mehr Zuschauer natürlich bekomme, ist das natürlich auch besser, weil das motiviert mich dann auch ein bisschen besser, ein bisschen mehr, noch mehr Videos zu machen. Also ja, wenn ihr, wenn ihr denkt, anderen Leuten würde es auch gefallen, dann teilt es mit euren Freunden, vielleicht sogar mit eurer Familie oder wer auch immer, wer auch immer da gerade bei euch ist. Teilt es einfach mit denen und dann vielleicht kriege ich auch ein bisschen mehr neue Zuschauer. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, das war es mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Darkie. Ciao, ihr Kabaui! Bis zum nächsten Mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020